Was geht ab YouTube? Ja, willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon, Legend, Archeos oder Legenden Archeos. Ja, wir waren ein bisschen fleißig unterwegs im Obsidian Grasland, stehen jetzt gerade vor der Prozessor Lawene und berichten mir jetzt mal ein bisschen, was wir gerade getrieben haben. Oh, das ist doch eine Handwerkskiste. Hat die Lumia alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Da erkläre ich dir einmal, was es mit dem Forschungsbericht geht. Kurz, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnung erhalten. Geld verdienen, bla bla. Logisch. Lass mich mal sehen, ob du erledigt hast. Ich habe ein bisschen was gefangen. Gefangene Pokémon, 37. Über mindestens 30 Pokémon auf einmal wurde ich erstattet. Erledigt. Gefangene Pokémon hatten sieben. Zum ersten Mal gefangene Pokémon, sieben. Durch Überraschungspartikel über gefangene Pokémon, 17. Ja, ein bisschen Geld verdient. Hm, ich weiß nicht, wie er den Pokémon mit der Information aktualisieren. Dankeschön. Ach, männlich war ich mir nicht. Äh! pays ist ein Blick. ich würde sagen natürlich ja hatte ich auch vor es war erst mal völlig hier aber den muss erst mal hier besser zu haben ist doch alle die vorbei scheinungs wo ist ein getauscht Nein, 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 nein. Ist das voll? So, ihr Lieben, und um geht es weiter, ihr Latschner-Runde wieder zu Kommandantin. So, Kommandantin, Celestis, ich komme. Du musst erstaunt sein. So, lass mich mal deinen Poker-Rex sehen. So, ein bisschen was erledigt, ne? Ich hätte gerne deinen Fortschritt an, damit hast du deinen neuen Zeichen erarbeitet. Du bist nun offiziell ein Ein-Stern-Mitglied der Galaktik. Vom 10 würde ich sagen. Dazu den Schwerbälle einsetzen. Absolut wird werden die Pokémon bis Level 20 im Kampf georrechnen. Zudem fällt dir die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Was ihr solltet ihr aufbekommen? Dies ist die Anleitung, wie ich sie sagen habe. Gerade. Dann. Aber klar, Schwerbälle. Belieber. Oh, Billy war's gut. 2 Knospor und 2 Viertel-Ausstand. Ja. Meist Leute wollen damit mehr Spiele stehen, wenn sie... Mh, mh, mh... Mh, mh... Mh, mh... Mh, mh, mh... Mh, mh, mh... Mh, mh, mh... Mh, mh, mh... Durchstarten mit Pokelix-Aufgaben. Er... Recht. Mh, die Kartoffel-Mutsche schmeckt gleich noch besser, wenn man etwas zu Feiern eingeht. Alles haben wir... Ab... Näh, du wolltest du. Wir müssen neben den Missionen-Porschens-Trogon-Aufdrehen verschiedene Leute kommen. Apropos, hast du Boris Auftrag schon angenommen. Babada. Ja, die werde ich dann ja mal annehmen. La, 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 la... Das werde ich auch gleich erstmal machen, Leute. Ich werde mir gleich mal was zu essen für dich machen. Und dann, äh... Erstmal noch und nicht schnappulieren und dann eventuell weiter aufnehmen. Das weiß ich aber noch nicht. Äh, schau mal. Entschuldigung, bitte hättest du einen Auge kurz halt für mich. Ja na gut... Du 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 du... Du 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 du. Das kannst du sie sehen. Ja, ja, ist schon lange passiert... Ich hab schon 6 Stück. ja aussehen ja bitteschön ganz gern Wird aber auch ein Pudox werden. Papillian. Waumpilzentwicklung, abgeschlossen. Funkelhonig, dreimal erhalten. Ja, wird es schön, wird es schön. Oh, was ist denn los? Oh, was ist denn los? Was ist denn los? Danke für die Pokébälle. So, wir haben noch einen Nehmenauftrag bevor wir da hingehen. Gucken wir, ob wir den schon erfüllen können. Oh, was ist denn los? Oh. nicht ja dann habe ich keins tut mir leid entweder gehen wir jetzt noch mal los ihr Lieben, fangen doch schnell das Barmelin das ist eigentlich eine gute Idee, bevor wir die Mission weitermachen weil sie rennen nicht weg, die bleibt ja auch noch in drei Tagen stehen naja ich will jetzt ein großes Barmelin haben ja und? Lass mich raus. Okay, da müssen wir das machen. Die will auch eh nur gegen mich kämpfen, das ist doch alles wir können auch so vorankommen. Sieht doch eigentlich im Endeffekt schneller, sieht doch scheiße aus alles in Ordnung ich war nicht in der Lage zusammen mit meinem Partner zu kämpfen Seitdem will ich nicht mehr richtig investieren. So, soll ich ja mal helfen. Ika! Oh, tschüss Pikachu! Jawohl! So, Level aufstieg, Level aufstieg, Level aufstieg! Ja bitte! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Ja, das ist ihm Hallo Kommandante Ja, echt Das wissen wir alle schon Und die haben Botechnik Genau Haben wir auch schon eingesetzt Weiß Jonas Auftrag Das kann ich ja Ich will auch mal den Pauls auswählen Heroas Zauberblatt Heroas Der Schauer Erholung nicht Einbring Ja, die Kohle habe ich Aber los Hier Und die Und die Und die Und die Entschauen So, reicht, tschüss. Hüp, und hüp, hüp, und hüp, hüp. Schöne gerade Zeit, wollen wir das jetzt nicht herstellen. Und ab zu Grasland, Babys. Hup, 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 hup. Ab ins Obsidian Hochland. Ja, ob sie die an Grasland hochladen, Grasland. Oh, nein. Für Heimschicht? Oh, nee, echt? Uh, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Gut, dass mir das nur saß. Da hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, guck. Ah, ich wieder nehme Auftrag. So. Filzköder-Reklame. Noch ein Auftrag. Der Klang der Wiese. Und noch mal in die Kröße. Und noch mal in die Kröße. Und noch mal ins Gesicht. Und noch mal ins Gesicht. 1. Ich weiß nicht woran man das definieren kann, ob das ein schweres Explos ist oder nicht. Wenn man es gesehen gilt. PC-Teils nicht gesehen, perfekt. Da ist es noch, da ist es noch, da ist es noch. Da ist es noch da... Oh Perfekt, perfekt Was habe ich jetzt produziert? Glattberg Oh, aber das ist sofort gesichert Nicht damit produzieren Oh 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 Mit einem Schlag Ja ihr Lieben, und damit sind wir auch schon wieder bei über 20 Minuten tatsächlich angekommen. Das heißt also, wir müssen tatsächlich bald die Folge hier wenden, sonst wird es echt zu lang für euch. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.